Der einfach nur normal Oakwood sein soll, da ist es erstens leichter ist, das zu bekommen. Ja, aber es muss ja auch gut aussehen. Das Darkwood, das passt halt. Guck's dir bitte einfach an. So, liebe Zuschauer, nach fünf Folgen. Wahrscheinlich, ja. Und auch wahrscheinlich, wirklich, haben wir es geschafft. Sind zwar noch nicht alle damit zufrieden. Vielleicht können wir das ja auch raffern oder so, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, geht aber nein. Haben wir uns dafür entschieden. Wir reißen das Haus komplett ab. Wir fangen einfach nochmal von vorne an mit Diskutieren. Wahrscheinlich. Jetzt kann ich nicht mal erzählen, was er so die letzten fünf Folgen gemacht hat. Was? Was du so die letzten fünf Folgen gemacht hast. Ich hab mich ums Weizenfarben gekümmert, um die Kühe, um das Holz. Und, Alex, wir haben noch ein kleines Problem. Oder, nee, schon gut, schon gut, schon gut. Oder? Nee, müsste noch mal sein. Was machst du jetzt gerade, Alex? Ich ändere was an meiner Bildschirmeinstellung. Es wird schon wieder dunkel. Junge, Junge. So, jetzt dürfte es bei Jan, jetzt wollen wir in Penn gehen? Ja, wir müssen noch... Ach, wir wollten ja zwei in die Breite, ne? Hast du das gerade... Äh, in die Breite? Nee, größer. So wollten wir das, glaube ich, haben, oder? Das ist ja voll... Hallo, das ist überhaupt nicht mehr proportional, ne? Doch, ja, hier nicht mehr. An der Seite. Aber... Das soll doch noch eine Länge weiter sein als in der Breite. Ja, aber ich hab... Boah, Alter, könnt ihr jetzt das Scheißhaus mal fertig machen, bitte? Ich geh jetzt erstmal ins Bett. Wir bauen hier keinen Scheißhaus. Wir haben ein ganz normales Wohnhaus. Die Toiletten kannst du bauen. Geht das nicht. Ohne Dorflatrin. Oh, wir sollten die Tür nicht auflassen. So, Ekja. Gib Knete. Dann bauen wir das noch zu Ende. Bin unterwegs. Monomentum, wie ein Leuchter. Ohne Romentum, wie ein Leuchter. Verwegt ihr euch schon? Nee. Jetzt. Weil ihr beide da auf K rumstellt. Ich war nicht auf K. Also, ich bin nicht AFK, das halte ich für ein Gerücht. Ich muss nur kurz was machen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, wenn wir die Burg bauen. Die Burg? Nein, die Burg wird Stein und Steinziegel. Das haben wir uns jetzt schon... Ja, aber vom Aussehen her. Da darf Eggie entscheiden. Also, dummer Kasten. Alter, haben wir viele Hühner. Das fuck. Ja, könnt ihr gleich töten und einfach die Dings mitnehmen. What the fuck, wie viele? Ja, ich packe da... Ich fütter die die ganze Zeit. Wollen wir die einfach nachher töten und neue bauen? Äh, anpflanzen? Neue bauen? So, jetzt. Jetzt, komm mal her. Ja. Jetzt ist das doch breiter als länger, ne? Ja, aber mein Ding kann es auch länger als breiter als länger sein, aber... Nein, sollst ja nicht. Es soll ja länger als breiter sein, natürlich. Da sind sie das... Hingewichst und hingeschissen. Nein, nicht so. Ich finde... Da war kein... So? Wollten wir das so haben? So, hier kommt dann ein Bett hin. Ja, okay, dann machen wir das so. Hier sind wir ein klein wenig. Ja, einrichten kriegen wir schon. Das wird das klein leichteste Problem sein. Ja, Einrichtung, ne? Nochmal drei Stunden diskutieren. Quasi. Freut euch auf die nächsten Folgen. So, die folgenden Materialien... Ach Gott, ey. Ja, machen wir jetzt... Dunkle Baumstämme oder Helle Baumstämme? Ich bin für Helle. Ja, das macht der Helle hin. By the way, die Fichten sind fertig, falls ihr welche braucht. Au, danke. Ja, die Fichten... Können wir ja den Bohnen rausmachen. ...müsst ihr dann halt nur neu anpflanzen. Okay, dann. Die sortiere ich jetzt erstmal... Oh nein, das war jetzt falsch. Das kommt mit, das kommt mit. Weg, 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 weg. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir fast soweit, dass wir alle Häuser in Auftrag sozusagen gehen können. Denn jetzt ist... Du lernst auch einen kleinen Bullshit, ne? Wir sind so die Designer gerade gewesen. Und das geht jetzt an die Produktion weiter. Und die Produktion halt jetzt, wie sie spawnen soll. In der... Hörst du da nicht beim Reden zu, Alex? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm, ja. Ja, hätte einfach der Baul. So sieht's... Mach ich das jetzt richtig? So werde ich immer behandelt. Ja, gut. Ich habe auch immer halt's Maul, Alex, halt's Maul, Alex. Ja, das ist eigentlich... Obwohl ich eigentlich... ...der Geilste bin, ne? Aber... Oh, da kam so Kelle-Sproch. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, da kam der Kelle raus. Da sieht man auch mal gleich, wer das Mobfer bei uns ist, nämlich Kelle. Spaß. Na ja, Spaß. Einfach kein Spaß. Grüße an dich, Kelle, falls du das siehst. Nein, sieh da nicht, weil er nicht dabei ist. Er guckt nur Folgen, wo er selber dabei ist. Oh. Das ist natürlich... Suboptimal. Nicht so im Vorteilhaft. Selbstverliebt, der Typ. Quatsch. Das halte ich jetzt aber auch für ein Gerücht. Der braucht nur Eggis Zuneigung. Mehr ist das nicht. Ne, Eggi? So, Alex, hab ich das richtig gemacht? Nur Momente. Nein, behalt die Eier, behalt die Eier. Wir töten die alle nachher. So, und dann packen wir die Eier, dann machen wir einen neuen Käfig, wo wir die ganze Eier rein donnern. Achso, ja, ich habe ja auch mal Sand gesammelt, ne? Den packe ich mal eben in den Ofen, damit wir das mal mit Fensterscheiben auch noch sinken. Könnte man mal machen, ja. Die wollen unbedingt, dass ich CS spiele, ey. Okay, ist die ganze Zeit Einladung, ne? Ja, Einladung und ich werde hier ein Steamspeak angeschrieben und bei Steam. Wer denn hier, wie heißt der? Toxic? Naja. Dieser Passwort, äh, dieser Chat, wenn ich passwortgeschützt wäre, wäre er, wenn sie hier auch garantiert schon angekommen. Ich hätte mich voll will, aber... Eggi, wir lieben dich, wir brauchen dich. Ich und dein Arschgesicht. Sorry, falsches Lied. Oh, mein Headset ist jetzt grad komisch. Äh, wo kriegen wir dieses schwarze Fichtenholz her? Ach, da. Ne. Duckworth, oder? Duckworth oder Fichtenholz? Duckworth hab ich noch, dann musst du herkommen. Das hier ist Duckworth? Oh, mein Fichtenholz. Komm her. Ja, jetzt muss ich die Fichte auch ganz abreißen. Oh. Drecks Fichte, ey. So, gib her. Arschloch. Haben wir noch Wolle, Eggi? Ne. Obwohl doch, drei oder vier Wolle haben wir noch. Zwei, hab ich... Haben wir noch Seide? Seide, Seide, Seide. Und so brauchst du jetzt Wolle? Ja, damit der da gut... Och, ein Bettchen hat. Oder noch mal später. Ja, das sind alles Luxusartikel. Oh, scheiße. Ja, da arbeitet bitte, Alter, nicht da. Oh, Lava. Oh, heiß, heiß, heiß. Ha, 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 ha. Ha, 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 Harakesh. Mach mal kein Harakesh. Helo hätte jetzt schon wieder den Teamspeak verlassen, wenn er das Wort gehört hätte. Was, Harakesh? Ja, mach mal kein Ha, ha, Harakesh. Das kann er nicht abnehmen. Warum nicht, du fuck. Mag der, mag hier etwa jemanden nicht Elo-Wix? Oh ja, mag er nicht. Den mag doch jeder. Wer macht denn sowas? Elo-Twix und Monte sind eure Beste. Monte kommt ja ganz aus unserer Nähe, ne? Ja. Ja. Buxte-Hude, ja. Ja. Volkert, ich dachte gerade, ich darf da nichts sagen, aber... Ich weiß es jetzt nicht. Jolo. Darf ich das rauspiezen? Warum? Hallo. Hätte du gesagt. Was willst du da piepsen? Vor allem jeder weiß, wo Monte herkommt. Du hast gesagt... Stimmt. Kommt aus unserer Nähe. Ja, schon gut, schon gut. 1,1,4 war mein Schnitt. Nicht. Eingangsbecherreich erstellt. Einer schon. Oh oh. Hoppala. Alter, ey, für ein Hausbecher. Ey, der Eingangsbereich sieht voll geil aus. Der ist mir gelungen. Aber wir haben ein bisschen viele Fenster, ne? Ja, kannst ja welche wegmachen. Ja, der beim Eingangsbereich muss bleiben. Ey, wie wäre denn als Dirt die, äh, als Gravel die Dirt-Textur? Ja, jetzt? Als Gravel die normale Dirt-Textur. Wie jetzt? Ja, egal. Guck mal, Alex, jetzt drehe ich mal um. Ja. Ein Gravel ist doch grau und nicht braun. Ich finde sowas wie bei Svex, so ne Gravel-Textur. Bist du dir sicher, dass du das aus diesem... Ja, 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 ja. Wollen wir das nicht lieber aus normalem Haus machen, bitte? Nein, das muss auffallen. Mann, bitte. Da war nicht mehr so viel vor. Ey, hier läuft ein Enderman rum. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich ball doofer um. So, wo fehlt hier jetzt noch was? Ach, da. Das sieht ja mega zum Katzen aus. Oh, kann ich mehr laufen. Ja, jetzt höre ich die Fensterscheiben. Kannst du den Ofen machen und mitbringen? Ja, wozu? Ja, da krieg ich schon mal einen Ofen, damit ich den Schordstein machen kann. Und Gläser, hast du Gläser schon? Ja, die... Hab ich jetzt gerade hier gerufen. Und Oakwood? Ah, Oakwood hab ich selber. Lol, das ist ja ein Enderman. Lass mich hin, Rudolfotze. Ich sehe keine Geräusche. Oh, die Fensterscheiben sehen ganz cool aus. Pass doch zur Tür. Kannst du ja welche rausnehmen. Achso. Geht zwar ein bisschen Verschwendung, aber egal. Ah, Judo. Ähm... Probier mich fackeln. Geh mal rein, Alex. Gerade. Hast du... Oh, ne, Oakwood hab ich selber. 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 dann wollt ihr pennen gehen oder wie ist das ja dann komme ich wieder at home ja ich baue gleich noch eine treppe rein das sieht doch schon mal ganz schick aus würde ich mal ganz schwach behaupten ich komme ganz kurz rüber ich mag den eingangsbereich jetzt lass mal pennen gehen da kommt zombies die oftmerkens ein typ da gehen was steht er schon wieder raus let's go to the bed oder was ich bin ja gleich mal die aufnahme um zu gucken bis alles funktioniert hat ist ob ich aber gleich geschlafen habe so Untertitelung des ZDF, 2020